Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es endlich weiter und zwar machen wir heute unseren Input, das heißt wir werden am Ende ein Blueprint in der Hand haben, den wir schon das letzte Mal eigentlich kreiert haben hier. Wir sehen es ganz grob, so sieht der aus und ja, dieser Blueprint wird am Ende in der Lage sein, Input von euch zu erfassen, allerdings werden wir trotzdem noch nicht zum Spielen kommen, das machen wir dann im nächsten Video, weil wir noch einen Game Mode brauchen und ja, den machen wir im nächsten Video dann. So, was wir heute machen werden ist, wie gesagt, wir wollen zu dem Character Blueprint, den wir das letzte Video erstellt haben, der dann die ganzen Animationen, den Animation Blueprint und so weiter vereint, zudem wollen wir heute den Event Graph erstellen und dazu mache ich hier erstmal das ganze Ding auf Full und hier rein. So, und jetzt sehen wir hier, hier hat es einige Events, Event Begin Play, Actor Begin Overlap, Event Tick, die kennt ihr eigentlich alle schon, das sind die ganz normalen Dinge, die man so bei einem Actor auch hat und die könnt ihr gerne weiterverwenden, aber wir werden hier trotzdem andere Events benutzen als erstes Mal. Die hier könnt ihr, wie gesagt, sehr gerne für andere Dinge benutzen, aber wir wollen die, wir wollen ja updaten, in welche Richtung er zum Beispiel läuft, ob er sich bewegt, ob er sich überhaupt bewegt, ob er springt und sowas und dazu nehmen wir andere Events Und zwar nämlich die Events von unseren Inputs. So, unsere Inputs, da ist es jetzt wichtig, dass ihr die Videos gesehen habt, wo wir die Project Settings hier, wenn es denn mal geladen hat, es dauert ein bisschen, Project Settings Input haben wir hier customized, das heißt, wir haben sie selbstständig eingestellt und wir haben hier oben, gut, okay, das hatten wir nicht verändert, das ist einfach ein Spacebar, damit wir springen können, also Leertaste drücken, um zu springen. Und dann wollen wir eben nach vorne mit W, nach hinten mit S, deswegen hier Scale Minus 1, haben wir alles eingerichtet, wir haben nach oben mit Maus Y, also die Y-Achse der Maus und wir haben nach rechts drinnen und die X-Achse der Maus. Und ja, das ist im Prinzip genau das, was wir haben wollen, aber wir werden die später benutzen, das heißt, wenn ihr das nicht gemacht habt, schaut euch das Video dazu an und dann könnt ihr hier weitermachen. Okay, gibt es wie gesagt alles in der Playliste. So, gut, was wir jetzt hier brauchen ist, wir haben Input Axis, okay, also wir sehen hier Axis Events und Axis Values. Und was ist der Unterschied zwischen den Events und den Values? Naja, die Events, die feuern immer genau dann, wenn sich ein Wert ändert, das heißt, wenn ich anfange W zu drücken, dann habe ich plötzlich hier ein Event nach vorne. Wenn ich S drücke, habe ich auch ein Event nach vorne, allerdings mit einem anderen Wert und zwar mit einem Wert von Minus 1, deswegen ist der Value hier auch ganz interessant. Wenn ich W drücke, habe ich ein Value von 1, wenn ich S drücke, habe ich ein Value von Minus 1. Wenn ich meine Maus nach rechts bewege, habe ich einen positiven Value, wenn ich meine Maus nach links bewege, einen negativen. Und dann kriege ich eben hier nach rechts drehen, was positives ist, nach rechts drehen, was negatives ist, wenn ich nach links mit meiner Maus gehe. Okay, wir werden jetzt hier allerdings, wie gesagt, diese Events benutzen und jedes Mal, wenn sich einer dieser Werte ändert, dann wollen wir natürlich auch unserem Charakter sagen, hey, du bewegt dich mal nach vorne oder bewegt dich zur Seite und so weiter und so fort. Und wir wollen natürlich auch, wenn man Jump drückt, dass man dann auch wirklich losspringt, also wenn man leertaste drückt, dass man dann anfängt zu springen. So, warum benutzen wir jetzt hier nicht einfach W, S und so weiter? Naja, es ist erstens mal einfacher, wenn wir mit W und S gleichzeitig arbeiten können, weil wir genau 1 weniger machen müssen. Nämlich W und S können wir zusammen einfach mit demselben Wert benutzen. Aber was noch viel interessanter ist und zwar, da können wir nämlich die Gamepads auch noch benutzen. Also wenn ihr die für eure Achsen richtig eingestellt habt, dann könnt ihr vorwärts laufen und das könnt ihr einfach mit eurem Gamepad machen. Der hat dann einfach einen Value von 0,7 irgendwas. Und das könntet ihr zum Beispiel nicht so ohne weiteres machen und das ist dann auch sehr praktisch. Dann kann man nämlich einfach sagen, okay, ich habe Optionen, in denen kann ich umstellen, was hier bei den Inputs aufgesetzt wird. Und ja, mit diesen Inputs bin ich dann sozusagen flexibel, während wenn ich hier rein, fest rein kodiere, springen ist Leertaste, dann ist springen für immer Leertaste, bis ich es in meinem Blueprint ändere. Und anderweitig sage ich einfach, hey, ich möchte es jetzt plötzlich auf, keine Ahnung, Steuerung haben. Und dann liegt es eben auf Steuerung. Das heißt, es ist viel praktischer, diese Events hier zu benutzen, die wir über Input spezifiziert haben. Okay, fangen wir an. Wir wollen erstmal nach vorne gehen. Okay, wir sehen hier, wir bekommen den Axis Value direkt mitgeliefert. Das heißt, wir müssen hier nicht noch einen Getter benutzen, sondern wir bekommen den direkt. Und das ist sehr sinnvoll, weil wir den so oder so benutzen müssten. Wir werden nicht wissen, ob wir nach vorne oder nach hinten laufen. Gut, okay, was wollen wir denn machen? Wir wollen uns unserem Charakter sagen, und deswegen ist jetzt auch hier wichtig, dass ihr einen Charakter und keinen Pawn benutzt habt, dass wir ihm ganz gerne Movement geben würden. Add Movement Input. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ihr hier machen müsst. Gut, okay, es ist nicht ganz so einfach. Wir müssen jetzt natürlich noch sagen, in welche Richtung er denn läuft. Das heißt, hier, zweiter Wert ist Target Self. So für alle, die noch nie objektorientiert programmiert haben. Self bezieht sich immer auf das aktuelle Objekt. Das heißt, wir arbeiten hier innerhalb der Klasse unseres Blueprints, also unseres Character Blueprints. Das heißt, dieser Character Blueprint, der bekommt dann eben, der wird hier automatisch als Target gesetzt. Und wie gesagt, jeder Character ist gleichzeitig auch ein Pawn und jeder Pawn ist gleichzeitig auch ein Actor. Das heißt, wir haben hier überhaupt keine Probleme, diese Methode zu benutzen, obwohl sie eigentlich für ein Pawn gedacht ist. Aber das ist, wie gesagt, kein Problem. So, World Direction machen wir sofort und Scale. So, Scale ist natürlich sofort das hier, weil wenn wir W drücken, kriegen wir hier ein 1 rein. Wenn wir S drücken, kriegen wir ein minus 1 rein. Das heißt, das wollen wir 1 zu 1 übernehmen. Okay, was wollen wir jetzt hier haben? Wir wollen die Rotation unseres Charakters haben. Ähm, wo haben wir es? Get Controller Rotation. Komm schon. Ähm, Rotation. Get Control Rotation, meinte ich natürlich. Hier. Okay, was macht das Ding? Ähm, ja. Der benutzt wieder diesen Pawn, also unseren Charakter im Endeffekt, um von dem die Rotation zu liefern. Das heißt, in welche Richtung wir gerade gucken. Dazu ist dieser Pfeil hier sehr, sehr nützlich. Ähm, weil wir eben mit diesem Pfeil hier, ja, automatisch bestimmen können, ähm, in welche Richtung er denn eigentlich guckt. Und das ist diese Control Rotation. So, deswegen ist auch wichtig, dass ihr den hier richtig gedreht habt. Und wenn er sein Gesicht nach vorne hat, ist auch der Pfeil nach vorne. Ähm, sonst funktioniert das hier absolut gar nicht. So, was wir hier bekommen, ist ein Rotator. Wir wollen diesen Rotator aber nicht. Wir wollen nur den Yaw-Wert. Denn der Yaw-Wert, also dieser Z-Wert im Endeffekt, ähm, ist, wie dreht sich mein Charakter auf den Boden. Das heißt, guckt er gerade nach rechts, guckt er nach links. Aber egal, ob er jetzt ein bisschen nach oben guckt. Das heißt, ups, ähm, egal, ob er jetzt vielleicht gerade, na, wenn ich jetzt mal meinen Charakter nehme, hier so rein, egal, ob er jetzt so nach oben guckt oder so ein bisschen rechts oben guckt. Es kommt nur darauf an, ob er nach rechts oder nach links guckt. Ähm, und nicht in wie viel Maße er nach oben guckt. Wenn wir das nicht machen hier, ähm, dann passiert folgendes. Und dann können wir nämlich zum Beispiel in die Luft laufen. Dann würden wir einfach sagen, okay, wir machen Movement Input in genau die Richtung, die er möchte. Das heißt, wir würden ihn irgendwie fliegen lassen. Was natürlich nicht unbedingt, in diesem Fall zumindest, nicht unbedingt Sinn der Sache ist. In manchen Fällen macht es durchaus Sinn. Aber in unserem Fall wollen wir hier eigentlich nichts machen, ähm, mit dem Roll und dem Pitch, sondern wir wollen nur die Richtung bestimmen, in die er sich gerade auf der Z-Achse gedreht hat. Und deswegen bauen wir uns hier wieder einen Rotator. Ähm, Rotator. Ähm, Make Rotator. Hier. So, wir bauen uns einen neuen Rotator, der einfach nur den Yaw-Wert nimmt und die anderen beiden auf Null setzt. So, und jetzt sagen wir, okay, wir wollen, dass dieses Ding hier einfach jetzt, ähm, wo ist denn hier vorne? Also, wenn ich jetzt diese Drehung habe, hol mir meinen Vorwärts Vektor. Also, Forward Vektor. Das heißt, wir sagen, okay, in diese Richtung ist jetzt vorne. Und dieses vorne können wir hier einfach sagen, das packen wir hier rein. Und, ähm, ja, das ist dann im Prinzip die Richtung, in die er läuft. Denn in die Richtung guckt er ja. Also, wir holen uns quasi einfach den Vorwärts Vektor. Ähm, insgesamt allerdings ignorieren wir, ob er nach oben guckt oder nach, äh, nach schräg irgendwie guckt. Sondern wir wollen nur die Rotation eben auf unserer X-Achse. Ja, also, wir können nicht schweben, sozusagen. Okay. Und gleiches wollen wir jetzt, eigentlich sind wir jetzt hier schon fertig. Wir wollen aber natürlich auch die Input Axis, ups, ähm, und zwar nach rechts drehen benutzen. So, das ist eigentlich fast dasselbe. Wir wollen hier wieder ein Movement Input. Movement Input. Okay. So, Target ist natürlich wieder Self. Und der Value ist natürlich auch wieder der Value von hier. Aber wir wollen jetzt hier nicht den Vorwärts Vektor, sondern, und da können wir eigentlich genau dieses Ding hier wieder benutzen, wir wollen den Vektor, der nach rechts zeigt. Das heißt, getRightVektor, also der Vektor, der nach rechts zeigt, und den stopfen wir hier rein. So, das ist alles, was passiert. Ähm, das heißt, wir benutzen einfach diesen Wert, den wir hier einmal berechnet haben, der, ähm, Roll und Pitch ignoriert, benutzen wir einfach direkt nochmal. Okay. So, jetzt müssen wir noch sagen, okay, was wollen wir, wenn wir uns drehen, also wenn wir unsere Maus bewegen. Und da geht es ein kleines bisschen anders. Da sagen wir hier Input Exis, ähm, nach oben. So, ähm, und hier wollen wir natürlich dann haben, dass er sich nach oben dreht, also wollen wir den Pitch ändern, aber nicht bei dem Rotator, ich habe hier nur einfach dieses Wort Pitch gefunden. Ähm, Pitch Input nehmen wir hier einfach AddController Pitch Input. So, Target ist wieder Self und der Value ist wieder derselbe. Ähm, und hier sind wir schon fertig. Da brauchen wir nicht mehr. Und jetzt brauchen wir noch, was haben wir noch? Input Exis, ähm, nach rechts drehen. Achtung, das ist nicht nach rechts laufen, das haben wir hier, sondern wir wollen nach rechts drehen. Und das machen wir auch ganz einfach. Wir sagen, AddController. So, und jetzt wollen wir uns nach rechts auf dem Boden drehen. Wir wollen nicht irgendwie, ähm, in die Höhe oder sowas, sondern wir wollen einfach nur auf den Boden drehen. Also wollen wir einfach den Yaw-Wert ändern und der Wert ist natürlich auch wieder derselbe. So, okay. Okay, und ja, als allerletztes, last but not least, wollen wir natürlich auch noch springen können. Das heißt, wir sagen hier einfach mal, wir haben es genannt, Jump. Das heißt, wir haben hier unter den Input, Action Events, Jump. So, und wenn wir es drücken, dann wollen wir, was wollen wir denn machen? Naja, wir wollen Jump. Jump. Da sagen wir einfach, Character Jump. Und deswegen haben wir auch einen Character, weil eben der das genau so kann. Ähm, weil wir hier einfach nichts anderes machen müssen. Wir müssen hier einfach nur sagen, Jump. Wir können hier auch sagen, was passiert, wenn er losgelassen wird. Das heißt, im Endeffekt könnt ihr auch so was wie Fliegen hier mitbauen. Ähm, aber ja, im Endeffekt wollen wir einfach nur einmal springen. Und normalerweise kann ein Charakter auch nicht unendlich springen. Und wie gesagt, das könnt ihr hier alles in eurem Character Blueprint einstellen. Ähm, also all diese Sachen könnt ihr hier unter Character Movement auch einstellen. Ich glaube, ich habe das sogar hier ein bisschen hochgestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Wo haben wir es denn? Ähm, Set Velocity, Jump Set Velocity, genau hier. Habe ich auf 1000 Mal gestellt. Einfach nur, um nachher unsere Spring Animation auch schön zeigen zu können. So, wir gehen hier auf Save und Compile. Und in dem Fall ist unser Character Blueprint eigentlich schon fast fertig. Ich finde das nur hier gerade so ein bisschen, äh, sehr eklig. Wir nennen das Ding Jump. So. Und für die Leute, die jetzt gerade schon abschalten wollen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ähm, ja, wenn ihr, wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr es gerne auch teilen an andere Leute schicken und so weiter und so fort. Mir einen Kommentar schreiben, wie ich hier gerade diese Kommentare hier schreibe. Und, äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.